Ja, liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wolfenstein und ihr wisst Bescheid, wa? Wir sind immer noch mit dem Auge beschäftigt. Ja, mach mal kaputt, das ist ganz günstig. Aber wir wissen ja jetzt, wie geht. Ey, ja. Aua, aua, aua. Warum schießt denn der jetzt da so derbe? So, da haben wir auf jeden Fall noch eine Weste zu liegen, die werde ich mir auch ein bisschen aufheben. So. Ja, mach auf. Unterlassen Sie unverzüglich die Beschädigung von Staatseigentum. Wie geht denn jetzt hier landet? La la la. Jimm, der Weg wieder. Aber trifft aber bloß eh, und zwar? Habt ihr da voll drin gemetert? Schieß einfach mal hin. Wird schon... Wird schon passen. So, 53, äh, Dinger haben wir für... 53 Schild, wollt ich sagen. Aua. Jetzt haben wir wahrscheinlich wen, ja. Benutzen Sie die Tunnel wie eine Ratte. Ja. Du bist schon so eine Ratte. Aber er hat mir immer gute Tipps gegeben, also kann mich ja eigentlich nicht beschweren über den Kollegen da im Ohr. Ja, du komm, mach auf da. Laber nicht so viel rum. Aua, aua, aua. 16. So, jetzt wird es Zeit für... ...die Weste. Ja, die, 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 da, da. So, wo ist er? Gut, ich bin wieder an der Seite. Ich hab ja damit kein Problem, weil ich bin ja da flexibel. Da lag auch noch Healthpack. Healthpack, da. Pam. Ja, große Studium. Take this deal. So, Health ist bei 100. Ahaha. Ja, und auf der anderen Seite. Oh, Mikael Feuer in die Ratte. Alter, wo will ich hin? Wo, wo, wo schickt ihr mich hin? Schnauze. Ah, ist schon alles down? Okay. Na ja, grad mal die Nase kratzen. Aber ich glaub, wir haben keine Zeit dafür. So, Healthpack einpacken und jetzt müssen wir unter den Antrieb. Äh, das... ...kann doch noch sehr interessant werden. Weil da sind die alten Kanonen. Da komm' ich nie drunter. Da komm' ich nie drunter. Ich muss hier weg. Oh, da ist noch ne Weste. Ich bin be... ...begeistert. Wie soll ich denn unter den Antrieb kommen, wenn die euren Kanonen dann noch schießen? Die kriegt doch nicht abgeschossen. Oha. Ich befehle Ihnen zu erscheinen, um Ihre Bestrafung zu erhalten. Fuck. Ich schieß einfach mal. Ja. Tolle Show. Ah, ich bin begeistert. Irgendwie müssen wir die komische Kanonen da kaputt machen. Nichts kaputt? Keine Ahnung. Wie sie alle, wo ich hier bin. Haben wir die ja kaputt gemacht? Habt ihr was gesehen? Ich hab' nichts gesehen. Wenn sie sich der Strafwankung entzielen. Kein Problem ist... Ich sehe nicht, ob die Kanonen da kaputt sind. Hier sind sie nicht. Wie soll ich denn da rankommen? Ihr seid echt lustig, Kollegen. Kommt doch, Jani, bis dahin. Halt, die erste hätte ich gerne. Ich komm' nicht bis dahin. Naja. Das Einzige, was man machen könnte, ist, weil er, wenn er blind ist, kann er nicht auf mich schießen. Na gut. Vielleicht war er auch noch nicht blind, weiß ich nicht. Dann muss ich ihn erst blind schießen und dann... So, wie jetzt? Dann kann er ja nicht auf mich schießen. Naja. Scheiße. Ich bin unter ihm. Ich bin unter ihm. Ich bin unter ihm. Aber ich brenne. Ich brenne. Wieso komm' ich... Komm' ich jetzt nicht weiter unter ihm. Halt an! Scheiß Teil. Hab' voll rein gehalten. Hab' voll rein gehalten. So, und jetzt? Was ist denn jetzt? Fuck, Alter. Ist er jetzt tot, oder? Kacke. Wir sind so am Arsch. Halt! Ja, jetzt habe ich den seinen Antrieb weggeschossen. Dann durfte ich ihn ja nicht mehr bewegen. Halt an, oder? Kann ich mal so sagen, oder? Schießt du auf dich selber, oder was? Hallo? Ja, wann ist jetzt? Hallo? So, und jetzt? Von Ihnen verursachte Schaden trefft nur die Bürger von Norden. Hä? Ja, ist ja toll. Gibt's hier noch einen Tipp? Der Antrieb ist immer noch aktiv. Alter Schwede, jetzt wird's aber echt unlustig im Moment. Ich hab' doch oft den Ding geschossen, oder mal. Ziel abgeschlossen. Ich schieß trotzdem noch mal rin. Muss ja erst mal weg. Alles ist weg. Ausklassend und ausgerüstet. Wir können nicht aufhören. Menschen sind zufrieden. Menschen sind zufrieden. Die Resistance ist auf dich. Berlin, komm in Berlin. What's your status? We're in bad shape, Captain. Completely surrounded. They're gonna find all of us. You know I've been on the run my whole life. So sick of the silence. This moment, right now, it's gonna be loud. With these machines in our possession, we can go anywhere, hit anything, arm ourselves to the hilt. We will rise up and take down death's head for good. We can sing, assist us in a river. If it's coming, we'll be from another one. It's gonna be when you have taken over this denominations. In but in between. It's gonna be not pained. And it did not end… And there it does. Oh my God save me une pi… Vielen Dank.